Grüße meine Freunde, ihr werdet nicht glauben, aber ich habe Command & Conquer, das alte Spiel von früher, mir runtergeladen. Es ist einfach der Burner, ich werde jetzt einfach mal mehr Spieler, ich muss erst mal gucken, was wir jetzt zocken können, aber ich bin so aufgeregt, das ist ja so ein geiles Spiel, das ist einfach der Burner, das Spiel. Für uns Auswahl. Der Anschlag auf die Getreidebörse in Wien ist das 17. Bombenattentat in vier Wochen, das den Terroristen von Nord angelastet wird. Seit Beginn dieser Welle von Nord-Attentaten in Slowenien jagen die Abgesandten von einer Krisensitzung. So, man muss mal ja erst mal da drauf abgehen auf die Phase. Ich bin vergebildet, worum ich. Die neuen Tiberium-Schürftechniken der Bruderschaft von Nord. GDI wurde ausgewählt. Empfangen Sie mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verstärkungen sind eingetroffen. Ach, sieht das krass aus. Hohohoho... Jawohl, Sir! Bestätigt! Schon dabei! Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir! Brecher auf! Allsatz nicht möglich. Neue Bauoption. Wird gebaut. Jawohl, Sir! Verstärkungen sind eingetroffen. Konstruktion fertig. In Ordnung. Neue Bauoption. Neue Bauoption. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Schon dabei! Blech auf! Neue Bauoption. Jawohl, Sir! Wird gebaut. Gestoppt. Abgebrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Jawohl, Sir! Schon dabei! Konstruktion fertig. Bestätig! 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 Auf  Hast du einen Koalitions Juliette aus? Ditt?! Wenter Mannesartet? Fischer Flexion Coal! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! 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 prestätigt! Jawohl, sir! Bestätig! Einsatzziel erreicht. Ha, ist das geil. Oh Leute, das ist pure Romantik wirklich. Aber die Grafik, das ist echt schwierig. Wirklich schwierig. Aber ihr müsst euch das mal vorstellen. Für uns war das früher der heilige Trahe. Das war wie gut die krasse Grafik. Und jetzt sitze ich hier nach vielleicht 15 Jahren oder so, oder wie alt das auch immer sein mag, sitze ich hier und zocke das alte, was für uns früher so heilig war. Das ist so krass. Ich finde es einfach gut. So, ich würde einfach mal sagen, wir haben es mal jetzt kurz angetestet. Ich habe Bock auf mehr. Also ich habe es zumindest gemerkt. Die HD-Grafik, habt ihr ja gesehen, konnte man zwischenzeitlich umstellen auf HD. Von so grob. Also wenn das so grob gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich abgebrochen. Aber ich konnte das umstellen im Spiel. Das hat auf jeden Fall mein Interesse jetzt geweckt. Und ich bin gespannt auf weitere Folgen. Also ich würde mal sagen, die nächsten Klicks oder Zuschauerzahlen von euch entscheiden darüber, ob ich nochmal eine Folge mache, beziehungsweise die nächsten Folgen kommen werden. Also wenn jetzt dieses Video, dieses ganz kurze Video, euch überzeugt hat und ihr auch Bock auf mehr habt, müsst ihr auf jeden Fall klicken, 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 was das Zeug hat. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hoffe ich mal. Und wieder schauen und rein gehauen. Euer Ghost.